Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs Ja Leute, zuletzt da sind wir hier mit unserer Maschine, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen rumgefahren, ne, also, von daher, äh, ist sie jetzt im Arsch Und wollten dann die Mission Kleine Schwester starten Vorher möchte ich aber doch nochmal die Leute sich finden, ob da nicht der ein oder andere ein wenig bargeld hat Ich weiß, Baby, tut mir leid, aber ich hab ganz... Schwingt, als denke sich das einer aus, damit... Äh, anscheinlich Gut Ja, da, dann starten wir einfach mal jetzt direkt die Mission Kleine Schwester Ich hab Niki, endlich Und Demian weiß es nicht Okay, jetzt schön vorsichtig Er wird sie bewachen Hoffentlich ist sie bereit So, ja, natürlich sind wir wieder... Pass gut auf dich, Auftaktin Sie haben wohl Fixer als Security angeheuert Sie schießen erst und stellen dann keine Fragen Ja, ich hecke mich unter dem Radar rein Sie werden mich gar nicht bemerken Da Sie gefesselt Gott, ihr habt Angst Hm, der ist richtig sauer, Alter Den Tippen ausschalten Spring Na, geh ran, Niki Niki Ich bin's Wo bist du? Hier sind überall Männer Die Wache hier ist... Keine Ahnung, was passiert ist Hör zu, ich weiß Ich hole dich raus Du bleibst am Telefon Und ich führe dich Nein Die finden mich Niki, da ist eine Waffe Steck sie bitte ein Nur für den Fall Oh Gott Das ist verrückt Aiden, ich Weiß nichts über Waffen Ich Hab geschaffen Wir müssen weiter Hör auf meine Stimme Ich glaube, er ist tot Niki, hör mir zu Wir müssen schnell machen Ich werde dich sicher führen Ach, du Scheiße Bringen die Niki Zu einem Wagen Äh Er hat noch geatmet Der Mann eben Ich glaube, er atmet noch Sollten wir Einen Krankenwagen rufen? Nein, nein Dahin, wo siehst du? Oh, du Scheiße Ich hab nicht mehr geschossen Seit wir mit Dad auf Jagd waren Und das Das war nur Kaninchen Geht Geht der ihr auch mal wieder weg Oder bleibt der da stehen? Ich würde den nämlich gerne Sprengen wollen Weil ich ihn getötet habe Ich glaube, er ist tot Ich wollte das nicht Sie Da einfach losgegangen Der bewegt sich da nicht weg Er konnte es nicht glauben Er hat mir gestern noch denken gebracht Wer ist das? Lass uns umkehren Wir können ihn noch retten Niki Hör auf meine Stimme Äh Zuerst Lassen wir dich rausbringen Ja Okay Ja Ja Vorsicht Such da drüben Ja kann ich weg sein Kannst du dich gedrucken? Keine Ahnung wie du das tun kannst Das ist doch kein Leben Die Kinder sind jetzt alle weg Du tötest das Wendig Hey Das tust du nicht Das tust du nicht Oder Okay Los geht's Bleib in Bewegung Was geht's denn hier los? Verdammt Was geht's denn hier los? Jetzt los Ich geh los Bleib in Bewegung Ich hab besser was zu tun Ich hab besser was zu tun Soll die hier? Ich probiere mal was. Okay, bereit. Vorwärts. Lauf zu diesem Auto. Steig ein und fahr los. Nicht umdrehen. Töten sie alle Fixer oder fliegen sie? Alles klar. Du bist in Sicherheit. Aber wir müssen dich und Jax aus der Stadt bringen. Ist Jax okay? Oh Gott. Er sagte, du wärst tot. Er sagte, er würde mich töten. Wo ist Jax? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher. Bei Yolanda. War da jetzt hin? Ich treff dich. Hol Jax, bleib ruhig. Kein Handy. Lass ihn nicht mal sein Tablet benutzen, bis das vorbei ist. Du hast immer in dir reden. Bitte. Geh fort. Bitte lass es sein. Hör auf. Lass es sein. Du hast dich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt. Ihr habt alle meine Schwester entführt, Leute. Ich will jetzt nicht mit, wie ihr euch angelegt habt. Fuck, wo ist der? Ach du Scheiße, ich muss abholen. Wo ist denn die Mütze denn? Ganz ruhig, wir sind ja da. Du kannst mich nicht aufholen. Heiz mal. Ich verpiss mich jetzt hier einfach. Boah, ich renne nicht gegen den einzigen Bomben, der da steht. Das Ziel ist in Bewegung. Was ist der Karre? Ich konnte jemanden tun. Der Leer bringt meine Rechte. Ab in den Rhein. Macht's gut. Hast du das gesehen? Fahr in den Rhein. Los. Wir könnten Hilfe brauchen. Unter mir klebt einer. Kamin. Zwei. Ich bin ja hinten irgendwie ganz schön angeschissen. Fahr in seinen Wagen. Jetzt habe ich ja den Kanal voll. Er ist bewaffnet. Was auch nicht sein. Ah! Das geht los. Ah! 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 Ach du Scheiße. Was kommt denn da alles auf mich zu jetzt? Unterstützung ist da! Ah! Ne Ecken. Ne Sackgasse. Geht mir bitte aus dem Weg, Leute. Geht mir einfach aus dem Weg. Wir hauen euch raus. Boah. Fuck. Alter. Hör um die Sau. Ich habe ein Problem hier hinten. Hör um die Sau. Ich habe ein Problem hier hinten. Klasse Leute hier. Ich bin auch in einer Art Sackgasse hier. Boah. Geil. Geht mir bitte aus dem Weg. Ach. Ich trottel. Alter. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, Alter. Das war's. Zwei noch. Drei noch. Einer noch. So, das war's. Für Niki ist es vorbei. Aber nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher. Es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Eden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Möchelei ist beeindruckt. Ja, ich muss das Auto wechseln, Leute. Das hat den Rechtsplatten erhielt, links. Gut, da fahren wir jetzt hin. So, auf Feuer. Ach, mach mich, du Scherz. Tick, Leute. Ich würde jetzt hier Fähigkeiten bauen. Ach, so. Hacken, Leute. Wartet mal. Hacken, hacken, hacken. Geldautomaten hacken. Du, das brauchst du nicht. Zusatzakku 2. Fügt ein extra Energiefeld hinzu. Ja. Na, machen wir das auch noch. Und jetzt geht's zu Nicky und zu Jackson. Wo muss ich denn da hin? Da hin. Ach, Bicke. Wieder durch die halbe City iron. Eventuell bräuchte ich ja, obwohl, nee, so ein kleines Auto, das ist schnell, das passt. Bevor ich aber die dann mitnehme, werde ich wahrscheinlich noch eine andere Karre nehmen. Weil die Karre bis da nicht durchhalten. Bei meinem Fahrstil. Wobei, noch geht's eigentlich, muss ich sagen. Noch geht's. So. Hunderthalb Kilometer ungefähr. Schnellreise. Ja, hätte ich jetzt auch machen können. Aber naja, das unterhalte ich euch hier ein bisschen. So die Stadt zeigen. Im Übrigen mal so nebenbei. Ich hatte ja immer das mit der Musik hier ab und zu so ein Problem. Da gibt's von YouTube ein schönes Feature. Dort kann man Audiodateien. Also wenn man ein Video hochgeladen hat und der erkennt ein Audio. Und es gibt sozusagen einen Treffer. Sozusagen was Werbung draufgeschalten wird auf das Video. Dann könnt ihr dieses Audio mit Glück entfernen lassen. Dann wird wirklich nur aus dem Video das Audio entfernt. Und ohne, also nicht immer, aber ich sag mal echt, ohne Beeinträchtigung des Tons. Also, nehmen wir an, da läuft die Musik. Die wird erkannt. Und im Hintergrund unterhalten sich die Leute. Dann wird die Musik ausgeschaltet. Oder rausgenommen. Ich weiß nicht, wie YouTube das macht. Äh, und die Stimmen bleiben trotzdem drinnen. Also, das ist ein ganz geiles Feature von YouTube. Das muss man echt, also, wirklich sagen. So. Geister der Vergangenheit. Und genau die Mission, Leute. Die starten wir. Beim nächsten Mal. Also dann, macht's gut und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017